Herzlich Willkommen meine Freunde zum Newsflash Nummer 51, der erste Newsflash 2015 und noch ist es ziemlich ruhig, was die Gaming-Welt so angeht. Ich freue mich, dass ihr auch im neuen Jahr dabei seid, ich hoffe ihr seid gut reingerutscht, habt Silvester und Weihnachten genossen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Flash. Microsoft und Sony fangen schon im Januar an, ordentlich was rauszuholen. Wir beginnen mit Microsoft und dem Games with Gold Aufgebot im Januar 2015. Auf der Xbox One wird es D4 Dark Dreams Don't Die geben. Für die Xbox 360 wird es MX vs. ATV Alive vom 1. bis 15. Januar geben. Und vom 16. bis 31. Januar dürfen sich Xbox 360 Spieler auf Witcher 2 Assassins of Kings in der Announced Edition freuen. Auf den Sony-Konsolen wird das Playstation Plus-Angebot ab dem 7. Januar 2015 verfügbar sein. Für die Playstation 4 wird es Infamous, First Light und The Swapper geben. Für die Playstation 3 gibt es Prototyp 2 und DuckTales Remastered. Und Playstation Vita-Besitzer dürfen sich freuen über Duke Nukem 3D, Megaton Edition und Who Dave. Nach dem zweiten Resident Evil 1 Remake von Capcom ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch Resident Evil Zero eine neue HD-Auflage bekommt. Auf der Website von Capcom sind Bilder eines PS4-Themas zu sehen, das Vorbesteller des Resident Evil Remakes erhalten. Und auf dem zweiten Bild befindet sich ein Symbol zu Biohazard Zero. Der Präsident von Sony Online Entertainment hat auf Twitter bekannt gegeben, dass die Beta-Phase von PlanetSide 2 auf der PS4 im kommenden Januar beginnen wird. Es wurden die Wochen des 13. oder des 20. Januar als mögliche Startzeiträume genannt. Am 5. Januar sollen weitere Informationen folgen. Wer an der Beta teilnehmen möchte, kann sich auf der offiziellen Website dafür registrieren. Die Registrierung garantiert allerdings keine Teilnahme. Die Schlüssel zu Q-Rad sind für alle Spieler kostenlos. Das erklärte Ubisoft Montreal via Twitter. Mit solch einem Key kann man Freunde einladen, die dann Q-Rad zwei Stunden lang erkunden, Außenposten angreifen und Belohnung sammeln können, ohne Far Cry 4 selbst zu besitzen. Ob das Angebot für alle Plattformen gilt, ist unklar. Bisher lagen die Schlüssel nur der Playstation-Version bei. JRPG-Regen für den PC ID Factory International hat verkündet, dass Hyperdimension Neptunia Rebirth 1, Rebirth 2 und Fairy Fencer F für den PC erscheinen werden. Die beiden Neptunia-Spiele erschienen bisher für die Playstation Vita und Fairy Fencer F für die Playstation 3. Details zu Anpassungen, Veröffentlichungstermine oder Systemanforderungen sollen demnächst folgen. Die drei Japano-Rollenspiele werden via Steam erscheinen. Es sind nun Hinweise auf ein mögliches Dragon's Dogma Online aufgetaucht. Nach der Markenschutz-Registrierung dieses Titels in Europa hat Capcom den Markenname nun auch beim Patent und Markenamt in Japan eintragen lassen. Dies geschah schon am 2. Dezember, kam nun aber erst an die Öffentlichkeit. Schon beim Europa-Antrag wurde darüber spekuliert, dass der Publisher möglicherweise Deep Down in Dragon's Dogma Online umbenennen könnte. Für alle Playstation-Plus-Mitglieder, die am 25. Dezember über eine aktive Mitgliedschaft oder eine kostenlose Test-Mitgliedschaft verfügten, erhalten eine automatische Verlängerung ihrer PS-Plus-Mitgliedschaft um 5 Tage. Die kostenlose Verlängerung gilt als Entschädigung für die Playstation-Network-Probleme im Zusammenhang mit den DDOS-Attacken zu Weihnachten. Weiter heißt es von Sony, zusätzlich dazu werden wir im Laufe des Januars eine Rabattaktion für alle PSN-Mitglieder ankündigen. Für einen limitierten Zeitraum werden alle PSN-Mitglieder einen einmaligen Rabatt in Höhe von 10% auf einen Einkauf im Playstation-Store erhalten. Der Rabatt kann auf Inhalte im Playstation-Store angewendet werden, inklusive neuer Blockbuster-Games, ausgezeichnete Indie-Games, zusätzliche Spielinhalte, Season-Passes oder für TV- oder Filminhalte. Der meuchelnde Goblin Stix wird bald ein neues Abenteuer bekommen. Das kündigte Focus Home Interactive kurz nach Weihnachten an. Ob es sich hierbei um eine Download-Erweiterung für Stix Master of Shadows oder einen Nachfolger handeln wird, ist aber noch unklar. Letztes Jahr hat Hatred noch für ordentlich Diskussionsstoff gesorgt, mittlerweile ist das Spiel im Rahmen des Stream Greenlight-Programmen mit grünem Licht der Community belohnt worden. Das bedeutet, dass einer Veröffentlichung auf Steam nichts mehr im Weg steht. Die Community hat genug Interesse an diesem Spiel gezeigt. Valve ist nun mit diesem Entwickler in Kontakt getreten, um auf die Veröffentlichung auf Steam hinzuarbeiten. Das soll's dann auch gewesen sein mit den ersten News im Jahr 2015. Sie sind ein bisschen kurz, ein bisschen knapp gehalten, denn es gab einfach nicht so viel zu berichten. Was die Releaseliste angeht, gibt's eigentlich überhaupt nichts in der ersten Januarwoche. Aber Captain Toad Treasure Tracker ist am 2. Januar erschienen. Das wollte ich noch erwähnen, denn es ist der erste größere Release im Jahr 2015. Da hat Nintendo auf jeden Fall das erste gelungene Spiel des Jahres rausgehauen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Rinn gehauen. Bis zum nächsten Mal. 5. 6. 7. 9. 10. 10.